Guten Morgen, es ist 11 Uhr, Sie befinden sich im Hörsaal Anatomie und wir haben jetzt als erstes eine 60-minütige Demo-Session von Piermin Kalverer aus Zürich über Vektorteils. Vektorteils sind ja in aller Munde, mit Vektorteils geht alles schneller und besser und schöner und Piermin zeigt uns jetzt, wie man Vektorteils nicht nur erstellt mit einer Software namens T-Rex mit Bindestrich und nicht nur das, sondern auch wie man sie stylt. Piermin ist von der Firma Sourcepol aus Zürich und macht es also auch beruflich ständig. Deine Bühne! Ja. 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 Aha, so war es mein Fehler! Also jetzt hört man mich und sieht man mich. Gut. Also ich muss jetzt zuerst den Bildschirm also so einrichten, dass man alles erkennen kann. Dann, also ich habe mich in einem Anflug von Masochismus diesen Vortrag eingereicht und zwar eigentlich, weil das etwas ist, was ich selbst sehen, am liebsten sehen würde, nämlich halt live, wie die Software wirklich aussieht und wie es wirklich funktioniert. Aber wenn man es dann vor den Zuschauern vorführen muss, ist das eigentlich ein bisschen eine stressige Sache, aber ich werde jetzt das versuchen. Die Vorgabe ist eigentlich so, dass ich drei Viertelstunde Zeit habe für den Vortrag oder für die Demo, besser gesagt, und dass man dann zehn Minuten Zeit für Fragen hat und nachher gewechselt wird. Also so habe ich es jetzt noch gekriegt und daher aufgenommen wird, also eigentlich werden vielleicht Zwischenfragen manchmal noch besser, aber wir probieren es besser am Schluss. Außer wirklich im Notfall, Sie kommen überhaupt nicht mit, was ich jetzt mache, dann melden Sie sich und sonst machen wir um Viertel vor zwölf einen Fragenblock. Also ich bin immer noch ein bisschen am Sortieren. Schon ein bisschen knapp die Auflösung, aber ja, wir kriegen es. Es geht irgendwie. Ja. Ich schließe hier alles, weil ich beginne hier wirklich absolut bei No. Ah, jetzt habe ich zu viel geschlossen. Einfach ein T-Intro. Gut. Kann man das, ah, das Blau ist schlecht, aber kann man es erkennen? Kann man es lesen, die Schriftgröße? Oder soll ich ein bisschen größer? Geht das so? Ich sehe teilweise Snicken, also. Gut, also. Ich will eigene Daten publizieren. Und ich habe mich jetzt für die Testdaten, die ich habe, sind Natural Earth Data Daten. Und die sind insofern gut geeignet, weil die sind eigentlich gemacht für die Darstellung. Und Vektorteils sind entgegen dem Namen, wo viele Leute erwarten, dass das eigentlich um Datenverarbeitung geht. Es geht in ein Darstellungsformat. Das heißt, die Daten müssen optimiert sein für die Darstellung und nicht eben Datenverarbeitung zu machen. Und wir nehmen dieses Natural Earth Data Set. Das heißt, das ist so ein weltweites Datensatz, der frei verfügbar ist. Ich habe jetzt da schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich für einen Vektorteil Benchmark, ein Subset, bereits konvertiert. Und konvertiert aus dem Grund auch, weil das ist in WGS 84. Und Vektorteils werden grössenteils in Webmerkator dargestellt. Und das heißt, wir arbeiten jetzt auch in Webmerkator. Und das Beste ist eigentlich, dass man halt schon die Daten vorher konvertiert oder vorher umprojiziert. Und das habe ich jetzt vorbereitet, weil das ist jetzt nicht so der Teil von der Präsentation. Und zwar sind die Daten frei verfügbar, wer das nachspielen will. Und zwar unter dem MVT Benchmark. Da gibt es jetzt so ein Geopackage, MVT Bench, wo ein Subset der Natural Earth Daten drin ist. Bereits nach Webmerkator umprojiziert. Und hier ein kleines Makefile, um das relativ einfach einzulesen in eine Datenbank. Das mache ich jetzt zuerst. Ich muss gleich da hin wechseln. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich noch schnell sicherstellen, dass meine Datenbank auch läuft. Und dann mache ich mal, kreiere ich eine neue Datenbank. Man sieht klar, was ich mache. Also ich crop database, create database M4D Bench, create extension Postgis. Also noch ganz einfach. Und jetzt lese ich die Daten ein. Und zwar mit ogre. Do ogre in die Postgres Datenbank. Meine Datenbank heisst MVT Bench. Und das Geopackage heisst so. Mal schauen, ob ich also richtig getippt habe. Das war's. Okay. Ich schaue, ob das funktioniert hat. Ogre Info. MVT Bench. Also ich habe jetzt hier sechs Layer. Ich frage es nochmal, kann man es lesen? Also ich kann es schon ein bisschen grösser machen. Aber man sieht dann halt, ist es besser. Aber es hat halt weniger Platz dann. Mal schauen. Also ich habe sechs Layer da drin jetzt. Einen Countries Layer mit Ländern. Einen Punkt Layer. Einen Boundaries. Multiline. Provinzline. Und dann noch Geographic Lines. Das sind so Äquator und solche Geschichten. Also das sind jetzt meine Daten. Wie gesagt, bereits umprojiziert. Ich kann einen schnell anschauen. Ups, ja das ist zu viel. Das Gute. Hallo. Ui, das hat man jetzt gerade. Also den Countries. Man sieht 255 Polygone. Das ist Webmerkator Projektion. Ganze Welt. Und was man auch schon sieht, das hat sehr viele Attribute. Das hat eine FID, OGC, FID. Und dann, ja, etwa 30, 40 Attribute. Da sprechen wir noch darüber. Also das sind jetzt meine Daten. In der Postkiss Datenbank. Und die will ich publizieren. Und ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen eine Vorgabe, wie ich es ungefähr haben will. In diesem Benchmark. Und zwar möchte ich so einen Teil dieser Darstellung jetzt hinkriegen am Schluss. Ja, dass ich wenigstens die farbigen Länder habe und gelabelte Länder. Also das ist eigentlich das Ziel von dieser Session. Und genau die Daten habe ich. Datenbank. Wunderbar. Das heisst, jetzt kann ich mit Daten, also Teilgenerierung beginnen. Wie gesagt, verwende ich jetzt hier T-Rex. Das ist meine eigene Software, um Vektorteil zu generieren. Es gibt auch andere Software. Ich zeige jetzt die und erzähle aber trotzdem genug viel, dass man auch die Prinzipien dahinter versteht. Die muss ich natürlich zuerst installieren. Das habe ich schon gemacht, aber ich zeige noch ganz kurz, wie es geht. Sieht ein bisschen seltsam aus hier. Habe ich so ein... Egal. Ich will es installieren. Download. Ah, das sind die Pakete dahinter. In der Dokumentation steht irgendwo. Einmal. Also für Ubuntu gibt es ein DEP-Paket. Für Windows gibt es ein MSI. Und dann gibt es noch ein Docker-Paket. Oder ein Docker-Container, den man installieren kann. Ich arbeite jetzt hier unter Linux. Aber unter Windows geht es abgesehen von den Pfaden identisch. Das heisst, ich habe das so installiert. Und dann kriegt man dieses Executable. Auf der Kommandozeile. Das hat verschiedene Kommandos. Es ist hier alphabetisch sortiert. Das Wichtigste ist das Surf, das MVT-Tiles ausliefert. Generieren kommen wir dann dazu. Das generiert ein Cache. Und auch die anderen Kommandos schauen wir noch an. Ich beginne jetzt mit diesem Surf. Er sagt mir gerade, er braucht eine Data-Source. Und ich mache hier so eine Data-Source-Beschreibung, wo ich diese Datenbank MVT-Bench drin habe. Jetzt ein User- und Host-Name. Und dann geht es schief. Was habe ich schon ertippt? MVT-Bench. Doppelflash. Genau. Dankeschön. Also. Was jetzt passiert ist. T-Rex ist gestartet. Hat diese Datenbank-Verbindung geöffnet. Und im Geometrik haben wir uns nachgeschaut, was habe ich in dieser Datenbank für Layeren mit Geometrien drin. Oder Tabellen mit Geometrien drin. Und die wird er jetzt gerade automatisch ausliefern. Und es wurde ein Backend aufgestartet unter Port 6767. Wo ich jetzt bereits diese verfügbaren Vektorteil-Layer sehe. Also die wurden jetzt automatisch detektiert aus der Datenbank. Und die werden hier jetzt on the fly angeboten. Und wenn ich jetzt mal bei diesen Countries bleibe, dann kann ich hier auch schon bereits verschiedene Viewer ausprobieren. Also ich kann den Mapbox Gel Viewer nehmen. Und dann sehe ich jetzt hier diese Countries, die jetzt on the fly aufbereitet werden. Man hat hier auch ganz kurz diese kantigen Flächen gesehen. Das heisst, die werden auch schon automatisch generalisiert. Und ich nehme jetzt hier das Fenster noch rüber. Dann sieht man, mache ich es breiter, weil eigentlich ist es auch, hier sieht man eigentlich gerade auch, was im Hintergrund läuft. Also hier werden wirklich Kacheln geholt und ausgeliefert. Das ist jetzt der Mapbox Gel Viewer. Ich gehe auf den Open Layers Viewer. Das sieht fast identisch aus. Einfach die Standardfarbe ist blau statt schwarz. Und man sieht hier noch Artefakte. Das ist noch ein anderes Thema. Das kommt da noch. Und dann gibt es noch zwei spezielle Viewer. Es gibt diesen X-Ray Viewer, also Röntgen Viewer, wo ich in die Features hinein sehen kann. Das sind eben diese vielen Attribute, die ich vorgesehen habe. Und dann gibt es einen Inspektor, der mehr aus Teilsicht sagt, also ein bisschen Debug-Hilfen gibt. Und wenn ich jetzt hier noch weiter, also wenn man jetzt links beobachtet, ja man sieht es fast nicht. Hier sieht man, wie das live ausgeliefert wird, also diese Kacheln. Das heisst, wenn ich jetzt hier eine Kachel 639-23 habe, dann ist das hier diese Kachel, die generiert und ausgeliefert wird. Das heisst, das ist jetzt ein Web-Server, der on-the-fly Kacheln generiert und ausgeliefert. Okay, noch eine kurze Einführung in diese Kacheln. Also da sieht man jetzt 23.pbf. Das heisst Proto-Buff. Proto-Buff ist so ein allgemeines Format, also es gibt ja auch pbf und osm, aber das ist was ganz anderes. Es hat nichts mit Vektor-Teil zu tun. Was wir hier haben, das ist das Mapbox-Vektor-Teil-Format, das ich ganz kurz zeigen will. Mapbox-Vektor-Teils-Specification. Das wird hier recht schön vorgestellt. Das heisst, die Firma Mapbox hat spezifiziert, wie sie ihre Vektor-Teils genau verpacken. Also wie gesagt, das ist ein pbf, das ist ein Proto-Buff-Format, das ist dann nur so quasi wie der Container, wo das drin ist. Und da steht auch, dass sie nicht related sind. Und hier hat es eine schöne Illustration, wie die Geometrien kodiert werden. Das ist noch recht speziell, nämlich, hier hat es eine animierte Demo. Also wir sehen hier die Teil und was man auch sieht, ist diesen grauen Bereich und den weisen Bereich. Das ist eine Spezialität, dass man eigentlich, dass man so einen Buffer noch hat ringsum. Also quasi das ist der unsichtbare Teil der Kachel, der aber trotzdem datenmässig vorhanden ist, aber nicht angezeigt wird. Und jetzt setze ich ein Polygon zusammen und das wird so in dieser Art gespeichert, Move to 1, 2, also wird der Startpunkt festgelegt. Dann kommt ein Line to, nochmals ein Line to, Line to und dann wird Close Pass, also wird das geschlossen. Das ist das erste Polygon. Und jetzt wird noch ein Loch gezeichnet, klassisch in der Gegenrichtung und auch das wird geschlossen. Und das heisst, jetzt habe ich ein Polygon mit Loch drin. Und in dieser Form sind die Geometrien gespeichert. Was man auch sieht, das sind Ganzzahlen. Das heisst, hier ist eigentlich die Geometrie bereits verloren gegangen. Also wir sind bereits in einem darstellungsorientierten Raster, wo ich nur noch XY Positionen habe. Also hier wurde bereits in der Kachel ist schon das Darstellungssystem, Koordinatssystem dann drin. Und das wird dann noch sehr gut komprimiert, dass das so klein wie möglich ist. Ja, hier wird es noch detailliert erklärt, wie auch noch die Attribute kodiert werden. Das ist auch sehr optimiert. Und was hier noch zu sagen ist, oder noch ein wichtiger Teil ist, in so einer Kachel können mehrere Layer drin sein. Das heisst, ich habe jetzt hier eben zum Beispiel der Country Layer und dann kann ich aber auch noch die Linien Layer in dieselbe Kachel reinpacken. Und das werde ich dann auch machen. Winding Order haben wir gesehen, das wird hier noch erklärt, wie man Löcher macht. Es gibt viele Implementations. Das Clipping habe ich auch kurz erklärt, oder ja, sage ich jetzt noch. Wenn ich jetzt so eine Kachel nehme und ich habe mein Land, dann ist von der Spezifikation her möglich, dass ich den ganzen Polygon in der Kachel gespeichert habe. Das heisst, das geht dann weit über die Grenzen hinaus, wird aber nie dargestellt. Das ist dann aber Blödsinn, weil da habe ich immer die ganze Geometrie, die ich mitschleppe. Deshalb mache ich ein Clipping, also ich schneide die Geometrien am Rand der Kachel ab. Und das ist etwas, was T-Rex, was der Tileserver dann machen muss für uns. Und ich vereinfache auch die Polygone, weil ich nicht die volle Auflösung haben will, in allen Zoom-Stufen. Also soweit zum Format. Und was ich jetzt schon als erstes machen will, wir haben jetzt hier gesehen, ich bin jetzt wieder zurück in T-Rex, ich habe hier zum Beispiel die Points, ich habe Linien, das heisst, ich habe jetzt wirklich verschiedene Kachelsets. Also wenn ich jetzt auf die Lines gehe, dann sieht man, dass hier wieder Daten geladen wurden, obwohl ich noch in derselben Kachel bin oder auf demselben Ausschnitt bin. Und das ist jetzt hier die Standardeinstellung. Jede Datenbank-Tabelle wird in ein separates Teilset, also separates Kachelset verpackt. Und das will ich nicht schlussendlich, ich will alle in einer Kachel drin haben. Und das geht jetzt nicht mehr quasi mit diesem Autodetection-Modus, jetzt muss ich beginnen zu konfigurieren. Und hier hilft mir T-Rex insofern, dass er mir mal diese automatische Konfiguration als Vorgabe gibt, wo ich dann meine Anpassungen machen kann. Und hier kommt jetzt dieses GenConfig-Kommando zum Zug, das eine Konfig generiert. Ich zeige schnell, also hier kommt sie und ich leite sie in ein Pfeil um. Ich sage jetzt Natural Earth und das Format heisst Tommel. Das ist ein Format, das eigentlich noch sehr gut lesbar ist und schreibbar. Das ist so von Inni-Pfeil abgeleitet, aber besser spezifiziert und noch mit so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Man sieht hier diese doppel-eckigen Klammern, das ist dann quasi ein Array. Also ich kann mehrere Data Sources haben und das kann man so mit doppelten Klammern ausdrücken. Und ich gehe jetzt hier schnell durch. Also man sieht den Service, den Viewer kann ich deaktivieren. Die Data Source hat mir jetzt gerade das eingetragen, was ich mitgegeben habe. Ich könnte hier jetzt mehrere Data Sources haben, also verschiedene Datenbankquellen. Das Grid von den Tiles ist Webmerkator. Ich mache die mal weg. Und jetzt kommen die Tilesets. Also ich habe jetzt hier das, nach irgendeiner Reihenfolge, dieses erste Tileset mit einem Extend und einem Layer. Im Layer ist die Geometrie, der Geometrie-Field hat er ausgelesen, die Geometrie-Type, das SRID von den Daten. Das ist jetzt bei mir dasselbe, wenn es jetzt ein anderes SRID wäre, dann würde er umprojizieren. Und noch ein paar weitere Optionen, die ich dann einstellen kann. Und dann kommt hier das zweite Tileset mit den Countries und so weiter. Und eben, was ich jetzt gerade gesagt habe, ich will alle die zusammen in ein Tileset hineinpacken. Und das heisst, ich muss das einfach nur ein bisschen umorganisieren. Ich nehme jetzt hier das erste Tileset, sage dem mal Natural Earth, nehme den Extend von den Countries, weil das müsste ja stimmen für die ganze Welt, und lösche überall diesen Tileset-Teil. Und das heisst, dann habe ich nur noch ein Tileset mit fünf oder sechs Layernwahlens. Okay, gut, das ist jetzt meine erste Konfiguration. Speichere ich unter NETOML und starte jetzt, mache jetzt den Surf-Befehl, direkt Surf-Normals, aber jetzt mache ich nicht immer DB-Con, sondern jetzt nehme ich ein Config-File. Und das wäre jetzt eben mein NETOML. Und jetzt kommt wieder der Viewer und jetzt sieht man einen kleinen Unterschied. Hier links habe ich jetzt nur noch ein Tileset mit sechs Layern. Das sind diese sechs Layern. Und das bedeutet jetzt auch, wenn ich in den Viewer reingehe, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, und man sieht jetzt alle Layern aufs Mal. Und jetzt kann ich mit dem Styling beginnen, weil ich brauche dann mehrere Layern, um mein Styling zu machen. Man sieht jetzt hier schon böse Sachen, das ignoriere ich jetzt im Moment. Genau, okay. Das heißt, jetzt habe ich eigentlich mal das Teilformat, das ich haben will. Und jetzt gehe ich ins Styling. Zum Stylen nehme ich die Mapbox GLJSON Styling Sprache. Ich kann hier, glaube ich, den Doc-Mapbox abkopfern. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der momentane De-Faktor-Standard, um Mapbox-Vektorteils zu seilen. Man nimmt diese Mapbox Style Specification. Das ist ein JSON-Format. Also im JSON beschreibe ich das Styling der Karten. Hier hat es eine recht ausführliche Dokumentation. Die benötigt man dann auch, wenn man wirklich tiefer reingeht. Am Anfang steht eine Version, der Name vom Style und dann so ein paar Links zu den Sprites und Griefs komme ich noch drauf. Und dann die Sources, also die Datenquellen, die Tile-Sources und dann die Layers. Das ist die Roots. Und ich gehe jetzt bei den Sources kurz rein. Da gibt es verschiedene Arten von Quellen. Das erste, was wir jetzt gerade haben, sind diese PBF-Vector-Teils. Type Vector. Es gibt aber auch noch andere Quellen. Man kann noch Raster-Teils reinnehmen, hier als WMS. Wo ist es noch? Es gibt noch mehr. Raster-Dem gibt es noch. Also höheren Modell. Man kann Geo-JSON reinnehmen. Für kleinere Sachen. Es gibt noch eine Image-Quelle, wo ich so ein Bild reinnehmen kann. Und es gibt noch Video. Also bewegt das Bild. Das sind die Datenquellen. Und wenn ich dann zu den Layers gehe. Dann komme ich zum eigentlichen Styling der Layer, was ich jetzt machen werde. Also hier habe ich jetzt die Layer. Das ist ein Array. Das sind diese eckige Kammer. Und da drin ist dann ein ID vom Layer. Die Quelle. Die Datenquelle. Also das ist das Teil-Setting in unserem Fall. Und dann muss ich sagen, welcher Layer davon das ich jetzt stylen will. Und da gibt es verschiedene Typen. Die zeige ich. Und dann gibt es verschiedene Paint-Properties. Und das heisst, am Schluss kommt irgend so ein JSON raus. Das ist so, wird das Styling dann ausgeliefert. Jetzt gibt es hier noch eine Hilfestellung. Also man muss jetzt nicht, wenn man nicht will, direkt mit JSON beginnen. Wir haben hier den Maputnik eingebaut. Also das ist so ein Open-Source-Styling-Tool für dieses Mapbox-Gl.json. Das öffne ich jetzt mal. Und ich sehe hier jetzt das selbe Bild. Die selbe Karte. Und habe hier meine Layer. Und kann jetzt hier die Layer stylen. Was ich jetzt zuerst mal mache, ich schalte mal ein paar Layer aus, weil ich jetzt zuerst mal die Countries, die Länder stylen will. Mit diesem Auge blende ich die anderen Layer aus, die ich jetzt mal nicht will. Und konzentriere mich jetzt zuerst mal auf diesen Countries-Teil. Und jetzt hier sieht man schon mal die verschiedenen Typen zum Stylen. Jetzt habe ich einen standardmäßigen Line-Style. Und da wird bei Polygon einfach der Umriss gezeichnet. Und hier gibt es jetzt Raster, Circles, Extrusion-Fills, Hill-Shades, Heat-Maps. Und was ich jetzt mache, ist der Fill. Sieht jetzt nicht schön aus. Standardfarbe ist schwarz. Das heißt, jetzt sind alle Polygone schwarz gefüllt. Und ich komme jetzt hier zu den Paint-Properties. Hier ist dieses, gut, ich kann jetzt hier mal zuerst vielleicht eine andere Farbe geben. Und hier hat es dieses Summen-Symbol. Das heißt, ich kann hier Funktionen einfügen. Ich klicke jetzt da drauf. Ups, jetzt habe ich noch die Hilfe erwischt. Und jetzt haben sich zwei Farben ergeben. Und was jetzt passiert ist, jetzt kommt ein Zoom-Based-Style rein. Das heißt, Zoom-Stufe 6 ist jetzt diese Farbe. Und Zoom-Stufe 10 ist diese Farbe. Ich mache mal hier eine andere, damit man sieht, ob das funktioniert. Weil 6 und 10 jetzt recht hoch ist. Aber ja, rechts oben sieht man das Level. Also ich bin jetzt so auf 0,5. Ups, ich gehe rein. Wenn ich das schaffe. Gut, 6 muss ich zuerst auf Stufe... Jetzt bin ich immer noch rot. Gut, jetzt muss ich sehr weit rein. Ah, jetzt ist es schon grün geworden. Es ist jetzt Zoom-Level abhängig. Das ist nicht das, was ich will. Ich will es attributabhängig machen. Und dazu schauen wir jetzt zuerst an, was er generiert hat. Also hier sieht man, er hat dieses JSON-Fragment generiert aus den Einstellungen, die ich oben gemacht habe. Und das ist eben genau jetzt dieses Mapbox-Gel-JSON, was ich vorher gezeigt habe. Fill-Color. Und jetzt kommt hier ein Stopps, das sagt, bei Wert 6 machst du diese Farbe, bei Wert 10 diese Farbe. Und dieser Wert ist jetzt hier auf die Zoom-Stufe festgelegt. Jetzt fällt jetzt leider bei der Version der Umschaltknopf auf Property-Based Rendering. Deshalb muss ich jetzt das hier im JSON einfügen. Aber zeigt gerade auch schön, wie bidirektional das Tool ist. Also der generiert JSON und ich kann das JSON editieren. Ich kann also auch die Farbe im Text ändern. Und der Editor setzt das wieder um. Und zwar hat es jetzt in diesem Map Color 7. Netterweise haben diese Daten bereits eine Color-Spalte. Also wo er die Farben zum Beispiel für siebenfarbige Einstellungen vorbereitet hat, also eine Farbennummer hinterlegt hat. Oder auch für andere Zahlen. Und jetzt ist schon was passiert. Also ich habe Property Map Color 7 gemacht. Und jetzt kann ich wieder in den grafischen Editor gehen. Weil jetzt hat er es geschafft. Er hat den Type-Kategorie eingestellt. Und ich sehe jetzt für den Wert 6 kriege ich jetzt diese Farbe und für den Wert 10 diese Farbe. Jetzt ist es so, dass die von 1 bis 7 gehen. Das heisst, ich passe da schnell an. Oder auch nicht. Er will gar nichts. Dann mache ich es halt hier unten. Das ist sehr klein. Wahrscheinlich sieht man das nicht so gut. Aber ich kriege jetzt gar nicht viel grösser hin. Aber ich will jetzt gar noch schöne Farben haben. Ich habe jetzt hier ein paar Farben vorbereitet. Die mache ich schnell mit Copy-Paste. Und zwar kann ich jetzt hier, kriege ich immer diesen Color Picker, aber hier kann ich noch Copy-Paste machen. Das mache ich jetzt schnell, damit es wirklich ein bisschen passabel aussieht. Und mache jetzt hier aber weitere Farben dazu. Also Add Stop. Das gibt mir jetzt die 3. Und da trage ich eine dritte Farbe ein. Eine vierte. Da habe ich jetzt das schon getroffen. Oh, jetzt wird es ein wenig. Das sieht jetzt schon ein bisschen passabel aus. Also jetzt habe ich eine Flächeneinfärbung der Länder gemacht. Und jetzt das nächste, was ich machen will, ist ein Label. Und jetzt ist es so, dass man, ich kann jetzt hier auf diesem Layer, also ich will jetzt die Länder noch ein Label. Ich kann aber nicht im selben Layer quasi eine Fill-Color machen und noch Labels. Das heißt, ich muss den Darstellungslayer kopieren. Der wird denselben Quell-Layer haben, also denselben Datenlayer, aber einen separaten Darstellungslayer. Da gibt es hier dieses Duplicate-Duplizier-Tool. Das klicke ich jetzt. Dann macht er eine Kopie von dem Layer. Und ich gehe auf diese Kopie. Die heisst auch hier nie. Na gut, ist jetzt egal. Und da gehe ich jetzt von Fill auf Symbol. Weil mit Symbolen kann ich auch Fonts machen. Und wenn ich jetzt hier was eintrage, dann sollte ich bereits ein Label sehen. Jetzt habe ich quasi ein statisches Label gemacht. Das ist natürlich nicht das, was ich will. Ich nehme jetzt hier das Atem A3. Und das ist eine Art, quasi einen Feldnamen zu kodieren. Und jetzt sieht man hier aber schon so ein bisschen typische Probleme. Es geht noch. Ja, Dänemark ist gerade schlimm. Oder auch Norwegen. Und wenn ich jetzt hier reingebe, ja, auch Deutschland wird ein bisschen häufig gelabelt. Also einerseits kriegt jede Teil ein Label. Und auch, ja, hier sind es auch recht viele. Aber das ist so die typische Vektorteil-Labeling-Problematik. Die hier jetzt nicht direkt oder automatisch gelöst wird. Und deshalb mache ich jetzt mal diese Art von Label nur für einen bestimmten Zoom-Bereich. Ich sage mal, so für den Einstiegs-Zoom, also Max Zoom 3, ist das noch okay. Aber ich mache nachher ein besseres Label, wenn ich näher drin bin. Und was ich noch mache, ich sage noch den Font. Das wird nachher zum Problem. Deshalb trage ich den schon ein. Ich habe den Roboto Regular. Und um jetzt wirklich labeln zu können, oder gut labeln zu können, behilft man sich meistens mit Punktgeometrien. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Rückschritt, wenn man vom Desktop-GIS herkommt. Oder ich brauche zusätzliche Bibliotheken, die mir quasi intelligentes Labeling machen. Aber tatsächlich ist der normale Weg, man kreiert sich Labelpunkte. Das ist auch, wie es Mapbox macht. Also wenn ich Mapbox-Tiles hole, dann hat es da einen Punktlayer mit den Labelpunkten drin. Und das ist auch der Grund, wieso es einen Country-Points-Layer gibt. Das heisst, ich habe mir mit Centroiden von den Polygonen genommen und Labelpunkte generiert. Also das war jetzt so die Datenvorbereitung, die ich jetzt hier nicht zeige. Das heisst, ich mache jetzt einen weiteren Layer für die Labels. Also man sieht hier, das sind diese Punkte. Aber ich will jetzt nicht den Circle machen, sondern ich will jetzt hier auch dieses Symbol machen. Und da gibt es glaube ich einfach Name, heisst das. Da habe ich jetzt den vollen Namen dann drin. Ja, das sieht mal gut aus. Ich nehme mal das Gegenstock von vorher und sage MinZoom ist 3 und MaxZoom ist dann 24. Das heisst, die verschwinden jetzt und dann kommen die kurzen Namen. Okay, ich nehme auch nochmal den Font. Das war der Roboto Regular. Und ich will noch ein paar Details verbessern. Also zum Beispiel finde ich jetzt noch schön, oder jetzt passt es hier noch gut, wenn ich den auf Uppercase gerade automatisch mache. Also hier sieht man jetzt, man hat einige Einstellungen, Grössen. Ich mache zuerst noch die Größe, die will ich auch variieren. Also ich will jetzt nicht immer dieselbe Labelgröße haben, weil hier ist es mir eigentlich ein bisschen zu groß. Und hier ist jetzt diese zuabhängige Rendering-Geschichte gerade richtig. Das heisst, wenn ich jetzt hier eine Funktion mache, dann sage ich vielleicht auf Stufe 6, habe ich mal gesagt, will ich etwa Größe 16 haben, das ist gut. Aber auf Stufe 3 soll er mit 10 beginnen. Und jetzt macht er so eine Interpolation von 10 auf 16. Das heisst, hier ist es jetzt kleiner, 10 Pixel. Und wenn ich näher angehe, wird es grösser. Man realisiert es jetzt gar nicht, aber vorher hat man gesehen, dass es eigentlich zu groß war, wenn ich rausgegangen bin. Also das ist jetzt eine Funktion für die Labelgröße. Und da gibt es hier Icon Properties, die sind jetzt hier nicht relevant. Text Paint Properties. Die Farbe schwarz lasse ich jetzt mal. Ich möchte dem noch einen Hello geben, also so einen weißen Rand. Ich sage mal weiß und ich glaube 1,5 habe ich mal vorgesehen. Bei der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, aha, es funktioniert nicht. Das ist hier so eine Falle. Er hat nämlich diese Farbe standardmässig transparent eingestellt, was natürlich blödsinnig ist. Und jetzt kriege ich diesen Randeffekt. Icon Paint. Und was wollte ich noch machen? Ah genau, ich wollte es noch auf Grossschrift wechseln. Also es ist hier Transform, kann ich sagen, Uppercase. Es gäbe jetzt hier noch viele Einstellungen, Breiten, Begrenzungen und solche Sachen. Ich lasse es mal so. Das sieht schon mal einigermassen passabel aus. Also da bin ich jetzt für diese Demo zufrieden. Oh, ich sehe, noch sechs Minuten nach Plan. Das schaffen wir. Und was ich jetzt mache, ich speichere diesen Style. Dazu gibt es eine Exportfunktion. Das ist da schlussendlich so ein Download. Ich hole es jetzt gerade in meinen Editor rein. Und jetzt habe ich den gesamten Style erhalten. Also über alle Layer. Die Sources sind gerade von meinem Tileserver. Hintergrund und meine Styles, die ich hier gemacht habe. Das speichere ich jetzt nochmal am richtigen Ort, wo ich gerade bin. Ich bin dann in diesem Intro drin. Dann speichere ich das unter Country Style. Leider nicht funktioniert. Ich habe so ein leeres Public-Verzeichnis vorbereitet. Das ist dann eigentlich für den Fall, wo ich es dann auf einem Web-Server ohne Tileserver publiziere. Okay, gut. Jetzt habe ich den Stil. Der nächste Schritt, den ich jetzt vielleicht überspringe, weil er noch recht anspruchsvoll ist, ist jetzt eigentlich das Optimieren der Tiles. Weil was ich jetzt einerseits gesehen habe, ich brauche hier eigentlich nur das Attribut Name und noch die Abkürzung. Und wir haben vorher gesehen, es hat viel mehr Attribute in den Kacheln drin. Das heisst, was ich jetzt hier eigentlich unbedingt machen muss, ist, ich muss die Attribute in den Kacheln reduzieren. Das geht jetzt bei Tirek so, dass ich jetzt zum Beispiel im Country Slayer nicht die automatische Query, die macht Selex Stern, nehme, sondern halt die optimiere. Also eine userspezifische Query mache. Und er macht mir netterweise bereits so eine Vorgabe, wo alle Attribute drin sind. Und hier ist eben zum Beispiel dieses Admin A3, was ich brauche. Und die Geometrie brauche ich natürlich. Die FID will ich jetzt lassen. Den chinesischen Namen nehme ich weg. und der Rest ist gut. Das heisst, jetzt habe ich hier schon massiv reduziert. Und das Nächste, was ebenso wichtig ist, ich muss jetzt, ich will auch die Zoom-Stufen der Daten anpassen. Also wir haben jetzt gesehen, oder vor, nein, hat man gesehen, es wurde recht langsam und das kam daher, weil diese Provinzlinien recht lange gehen. Aber die will ich erst ab einer gewissen Stufe haben. Ich glaube, ich sage zum Beispiel ab Stufe 10. Das heisst, ich mache jetzt hier so ein Min-Zoom gleich, nein, Stufe 4 rein. Die soll er erst ab zum Stufe 4 in die Kacheln packen. Also datenmässig. Also das sind jetzt riesige Faktoren. Dann von der Grösse her und da lief mir, also bietet mir T-Rex auch ein Tool an, nämlich so eine Drill-Down-Funktion, die ich jetzt nur ganz kurz zeige. Wo ich wieder die Config reingebe. Und dann muss ich einen, oder kann ich Punkte angeben. Wo soll er jetzt eben so einen Drill-Down machen, welche Kacheln er dann schlussendlich, also er sieht dann, welche Kacheln das er laden muss. Ich mache jetzt irgendeine WGS 84-Koordinate ist das. Komma, gut, nehme ich gerade 48. Der Output ist so ein CSV, wo drinstehen, verschiedene Sachen drinstehen. Teil Millisekunden sagt für jeden Layer, wie lange hatte er bei dieser Kachel, um die Aufbereitung zu machen. Teil Megabyte sagt, wie groß wird in dieser Zoom-Stufe die Kachel. Und Feature Count sagt, wie viele Features sind in einer Kachel drin, und zwar jetzt für alle Kacheln, die ich jetzt für diese Koordinate prüfe, das ist im Moment nur eine. Das öffne ich jetzt normalerweise in einem Spreadsheet und analysiere das und tune dann hier weiter. Also ich ändere die Zoom-Stufen, ändere die Queries. Das ist eigentlich ein großer Teil der Arbeit beim Vektor-Teil-Generierung, weil ich muss jetzt die Grössen der Kacheln optimieren, die Größe, dass der richtige Inhalt da ist, muss es aber immer mit dem Style abstimmen. Das heißt, hier mache ich jetzt so Zyklen, ich schaue, welche Levels brauche ich in der Darstellung, das heißt, ich kann auch die entsprechenden Daten anpassen, da gibt es noch Over-Zooming und so, das reicht nicht, zeitlich. Das heißt, hier ist jetzt eigentlich fast der Hauptteil der Arbeit wird jetzt in diesem Zyklus passieren, optimierende Kacheln, anpassen des Teils, und das geht hin und her. Und das Drill-Down ist ein Hilfsmittel, um Anhaltspunkte zu kriegen, wo man optimieren muss. Und was ich jetzt machen will, jetzt will ich aber die Kacheln generieren. Ich hätte jetzt optimiert, alles fertig, das ist das nächste Kommando, das heißt Generate, und das generiert mir jetzt statische Kacheln. Da kann ich wieder diese Konfiguration reinnehmen, und der wird jetzt gerade reklamieren, weil der sagt, ich habe den Cache nicht spezifiziert, oder nicht konfiguriert, und das ist so, in der Standard-Konfiguration ist das noch auskommentiert, das heißt, ich sage jetzt, schmeiss mir den Cache, ah, nicht da, falsch, wo ist er, hier, Cache-File, hier sage ich, wo soll er den Cache hin tun, ich mache jetzt hier mal relativ, wo ich gerade bin, im Public Tiles, weil das wird dann wirklich im Web-Server gegen außen sichtbar. Okay, habe ich das gespeichert, und jetzt lasse ich das laufen, Oh, Syntax-Server, den muss ich ganz schnell beheben, jetzt habe ich hier meinen Select-Enfailer drin, ja, okay, ja, jetzt hat er schon kaputte Kachen gemacht, die lösche ich jetzt nochmal, Public Tiles, also jetzt links unten sieht man, er hat bei Level 0 begonnen, jetzt ist er Level 1, das sind nur 4, Level 2, Level 3, und jetzt geht es immer länger, 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 ich mache jetzt mal bis Level 4, also jetzt generierte Kacheln, jetzt sehe ich auch gerade noch eine Warnung, die ist auch noch wichtig, aus Vorsichtsgründen wurde bei der automatischen Konfiguration überall so ein Limit 1000 eingefügt, das heißt, es werden maximal 1000 Features reingepackt in eine Kachel, weil das kann sonst ewig gehen, und das heißt aber, wenn ich jetzt so ein Limit überschreite, hier ist etwas noch nicht gut, weil jetzt wurden Geometrien weggelassen, und das heißt, jetzt muss ich mir überlegen, entweder habe ich zu viele Geometrien, muss mehr generalisieren, oder ich muss mein Styling anpassen, also das ist so ein Alarmzeichen, hier muss ich was machen, das wäre jetzt mein Zyklus von vorher, den lasse ich mal, jetzt habe ich bis Level 4 generiert, wir schauen mal, wie das aussieht, Public Tiles, und da sieht man jetzt, hier wird wirklich so eine File-Hierarchie angelegt, Public Tiles, Any ist der Name vom Feature Set, und dann Level 0, 0, 0, und da ist diese PBF drin, wenn man die anschaut, das ist ein Gzip-komprimiertes File, also ein Gzip-komprimiertes Protobox-File, und dann würde ich jetzt so als fast kröner Abschluss zeige ich, jetzt starte ich nochmal, mein T-Rex, gleich wie vorher, und der Unterschied, den ich jetzt hier sehe, den Style habe ich jetzt noch nicht drin, aber der Unterschied ist, dass es sofort kam, weil jetzt kommen die Kacheln aus dem Cache, und erst wenn ich jetzt tiefer als Level 5 reingehe, dann kann es dann wieder dauern, und momentan bin ich immer noch auf Level 4, das heisst, die sollten alle gecached sein, und jetzt sieht man wieder, wie er, oder, ja, jetzt beginnt der Tiles on the fly zu generieren. Doch, ah, wollte ich noch laufen lassen, Entschuldigung, und schaffe ich es noch, ich habe eigentlich meine Zeit aufgebraucht, aber ich will noch, ich zeige noch den allerletzten Schritt, und zwar mache ich jetzt noch meine eigene HTML-Karte, und dazu kann ich, bietet mir hier T-Rex solche Fragmente an, ich kann auswählen, will ich jetzt eine OpenLayers-Karte haben, oder Mapbox-Gel, und ich kann jetzt hier so ein Fragment rauskopieren, und das speichern, das nehme ich jetzt auch in mein Public rein, und sage dem Map, ups, Map HTML, und was ich jetzt hier aber noch sehe, dass hier der, nicht mein Style benutzt wird, ich will jetzt gerade mein Style nehmen, den ich vorher gemacht habe, wie heisst der schon wieder, das wäre dieser Country-Jasen Style, den Rest lasse ich jetzt, und jetzt muss ich T-Rex noch sagen, dass es diese statischen Files auch gerade noch ausliefern soll, das war dieser allerletzte Block, wo ich noch sagen kann, den statischen Web-Server aktivieren kann, alles was im Public drin steht, soll zum Beispiel auch unter dem Namen ja, ich sage jetzt mal MVT zur Verfügung stehen, und den starte ich hier jetzt direkt zum letzten Mal mit der neuen Konfiguration, das sieht immer noch gleich aus, aber wenn ich jetzt hier unter MVT Map HTML reingehe, tja, hätte jetzt schöner aussehen können, ich gehe mal in den Inspektor, den man hier dann sowieso später auch noch braucht, machen wir mal ein Reload, ich schaue noch mal, ob wirklich den richtigen Style geladen hat, Country Style, und wie sieht der aus, Background, sieht es so weit nicht, ich nehme einen neuen Tab, ah, wieder nicht, Country Style, Country Style, Chasen, ja gut, also, die Farben muss man sich jetzt denken, man sieht, dass eigentlich mein Style drin ist, weil man sieht die Labels, ohne schönen Farben, und was man jetzt auch noch sieht, dass aber noch gewisse Sachen hier jetzt immer noch von T-Rex kommen, und das wäre jetzt quasi noch die nächste Stufe, die ich jetzt hier nicht mehr zeigen kann, eigentlich will ich am Schluss gar kein T-Rex mehr am Laufen haben, wenn ich jetzt hier noch mal den Reload mache, dann sehe ich immer noch sehr viel, das von 6, 7, 6, 7 kommt, also von T-Rex, die Kacheln kommen jetzt noch nicht aus meinem Cash-T-Rex, sondern die kommen jetzt immer noch vom T-Rex, und das heisst, ich würde jetzt noch alles, was ihr mir jetzt von T-Rex kommt, in mein Public rüber kopieren, inklusive Fonts, und dann brauche ich keinen Vektorteil-Server mehr zur Laufzeit, sondern nur noch einen ganz banalen Web-Server, der mir einfach Files ausliefert, und das ist dann eigentlich der letzte Schritt in der Publikation einer Vektorteil-Karte. Gut, dann ende hier und habe noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank, vielen Dank, Firmin hat ja alles soweit super geklappt. Gibt es Fragen, wir haben noch so 8, 8 Minuten, 7 Minuten Zeit, bis die Lightning Talks anfangen, Fragen an den Firmin zu seiner Vorstellung eben. Nein, alle erschlagen. Also ich wäre eigentlich noch vielleicht froh um Feedback, also ihr könnt es mir auch direkt noch geben, weil ich meine, meine Idee wäre, dass ich das vielleicht wirklich nochmal dann in Ruhe aufnehme, als Screencast, dann alle Fehler ausschneide, wo man es dann noch besser nachvollziehen kann, was ich hier mache. Aber ich hoffe, man hat es verstanden. Diese Cosmetic-Version, die du da eingesetzt hast, die war ja so ein kleines bisschen Buggy an einigen Stellen. Du hast ja gesagt, da fehlt der Selektor in der Dropdown-Box und du musst es unten ins JSON gehen und es von Hand einbauen. sind das Bugs, die inzwischen gefixt sind oder Issues, die da schon offen sind? Also der Issue ist da und ich glaube, jetzt endlich unterdessen gefixt und es wäre sogar möglich, also ich könnte jetzt diese gehostete Version von Moputnik nehmen und auch meinen Style hier entwerfen. Aber ich habe es jetzt gerade im Backend integrierte Version gezeigt, die jetzt nicht die allerneueste ist. Ich glaube, der Bug wäre unterdessen behoben mit den Properties. Das heißt, der T-Rex hat eine eingebaute Version von Moputnik. Die sich auch mitliefert. Gibt es noch Fragen dazu? Jetzt ist noch die Gelegenheit. Ja. Ja, am Anfang war für mich nicht ganz klar, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit eigenen Daten machen wollen würde aus OSM, wie ich anfangen würde. Gut, ich habe es mit Absicht gar nicht OSM gezeigt, weil eigentlich der Standardfall ist zwar schon OSM, aber dieses Tool oder ist eigentlich, das kann eben auch nicht OSM. Gut, wenn ich jetzt OSM nehme, dann würde ich jetzt auch hier quasi OSM to PGSQL machen oder Imposum, lese das in die Datenbank ein und beginne da. Wir haben so ein bisschen veraltete Vorgabe vom Vorgänger, vom Open Map-Tiles-Teil. Der ist in der Doku als Beispiel drin. Das sind einfach sehr komplexe Stiles, oder umfangreiche, aber es gibt so ein bisschen Hilfestellung. Aber der Vorgang ist eigentlich dasselbe. Ich lese die OSM-Daten in Postgres, PostGIS ein. Super, vielen Dank. Hättest du die Geo-Packages auch direkt integrieren können oder wird nur PostGIS unterstützt? Also PostGIS wird besser unterstützt als die GEDAL-Formate, aber ich kann alle GEDAL-Formate oder nein, ich kann auch die GEDAL-Formate direkt holen. Ich verliere da aber, also das Clipping ist nicht drin und das automatische Generalisieren ist nicht drin. Deshalb bevorzuge ich, wenn möglich, PostGIS. Gut, dann bedanke ich mich nochmal. Bedanken wir uns nochmal ganz herzlich beim Pyramin für den Vortrag. Vielen Dank. Applaus